hello again stell dir mal vor es gebe einen test mit dem du bevor du mit minoxidil startest herausfinden könntest ob minoxidil bei dir auch wirken wird oder nicht und dabei ist es egal ob jetzt für den bart um den bartwuchs anzuregen oder um lücken zu schließen oder wie traditionell angewendet auf dem kopf gegen haarausfall das hört sich für dich wie ein modernes märchen an ist es aber nicht alle infos rund um den minoxidil response test erfährst du in diesem video und deswegen empfehle ich dir unbedingt dran zu bleiben ich glaube uns ist allen bekannt dass minoxidil nicht bei jedem mann wirken kann studien zeigen dass bei mehr als 50 prozent minoxidil kein neues haarwachstum hervorrufen wird im umkehrschluss heißt das dass fast die hälfte aller männer dieses produkt ganz umsonst kaufen sich in die haare oder in den bart schmieren und nie positive ergebnisse damit erzielen werden das finde ich ganz schön krass für das portemonnaie heißt das dass man für die behandlung hiermit für einen zeitraum von drei bis sechs monaten die man ja braucht um in erfahrung zu bringen ob es denn wirkt und eine waffe sein kann dass man dann ja schon circa 120 euro verpulvert hat um dann herauszufinden ob es richtig war das anzuwenden oder nicht das muss nicht sein weil es gibt nämlich und der ist quasi schon fertig und könnte theoretisch eingesetzt werden einen solchen minoxidil response test doch bevor wir dazu kommen noch mal ein blick darauf wie minoxidil überhaupt wirkt denn das erklärt wo der test ansetzt und wie er funktioniert und wenn du jemanden kennst für den dieses video ebenfalls sehr interessant sein könnte dann schicke es ihm doch teil mein video gerne mit allen wo du sagen würdest das macht sinn der wirkstoff der hier drin ist und das steht hier auch ganz groß drauf das wissen wir ist minoxidil minoxidil was früher mal ein mittel zur blutdrucksenkung war wird heute als haarwuchsmittel eingesetzt und es ist belegt dass es helfen kann wie wirkt minoxidil wenn man jetzt wie hier als schaum aufträgt oder auch als lösung ist es erstmal der stoff minoxidil der auf die kopfhaut topisch das heißt von außen aufgetragen wird auf der kopfhaut gibt es ein sogenanntes enzym das enzym was wir männer brauchen um vom minoxidil profitieren zu können nennt sich sulfotransferase denn dieses enzym ist dafür verantwortlich dass minoxidil in minoxidil sulfat umgewandelt wird und erst dieses minoxidil sulfat löst diese positiven eigenschaften und reaktionen aus die wir uns erhoffen und wünschen das heißt aus minoxidil wird aufgrund des enzyms sulfotransferase minoxidil sulfat und minoxidil sulfat führt dann dazu dass die vielen kleinen blutgefäße rund um der haarwurzel dass die stärke durchblutet werden dass die nährstoffe besser in den haarfolikel kommen dass die papille größer wird und dann stärkere dickere größere und oder auch neue haare wachsen können und jetzt kommt der entscheidende punkt die enzymaktivität von sulfotransferase variiert von mann zu mann erheblich das heißt es gibt männer die haben eine sehr hohe aktivität dieses enzyms in folge dessen kann viel minoxidil in minoxidil sulfat umgewandelt werden und deswegen gibt es auch verstärkt massive positiven einfluss eben von minoxidil sulfat auf das haar bzw die haarwurzel bei den männern und das hat eine studie die ich auch in der infobox verlinke herausgefunden bei jenen männern wo minoxidil nicht wirkt all diese männer haben in der regel eine sehr sehr schlechte aktivität dieses enzyms sulfotransferase das bedeutet in umkehrschluss ob minoxidil bei dir wirkt oder nicht liegt daran wie aktiv das enzym sulfotransferase bei dir ist die spitzfindigen unter euch stellen sich natürlich jetzt eine frage warum appliziert man nicht direkt minoxidilsulfat auf die kopfhaut weil dann bräuchte man ja das enzym auch nicht das ist eine gute idee funktioniert leider aber nicht erstens minoxidilsulfat wenn man das jetzt in form eines schaums oder einer lösung anwischen würde so wäre die nicht lange haltbar das heißt nach sehr kurzer zeit nach wenigen tagen würde diese lösung und das minoxidilsulfat schon in einzelnen bestandteile zerfallen und es wäre damit wirkungslos zum anderen ist es so dass das molekül minoxidilsulfat ein sehr schweres molekül ist das heißt würde man dies als solches direkt auf die kopfhaut geben wäre es denn gar nicht möglich durch die hautbarriere die zu durchdringen um an den ort des geschehens vorzudringen sprich an die haarwurzel jetzt fragst du dich natürlich wann kommt dieser test ganz wichtige info noch hätte ich fast vergessen die testgenauigkeit liegt bei über 96 prozent das heißt wenn der test ein ergebnis hervorbringt so wird dies mit einer wahrscheinlichkeit von über 96 prozent auch stimmen es gibt gute nachrichten und es gibt schlechte nachrichten womit wollen wir starten ich sag mal mit der guten nachricht wie ich im titel schon gesagt habe diese technologie die enzym aktivität zu bestimmen die gibt es bereits im jahr 2014 hat ein amerikanisches unternehmen die in kalifornien sitzen bereits ein patent dazu angemeldet im jahr 2016 hat dann ein anderes amerikanisches unternehmen dieses patent gekauft um dann im jahr 2017 bei der fda das ist in amerika eine instanz eine institution die ihr ok geben muss wenn neue medizinische geräte oder medikamente auf dem markt kommen sollen das heißt solange die nicht den daumen hoch geben passiert gar nichts und an diesem punkt stehen wir auch gerade eben mit diesen menoxidil response test das heißt momentan warten wir alle darauf dass dieser test von der fda genehmigt wird und man dann die möglichkeit hat sich auf menoxidil testen zu lassen bzw darauf ob menoxidil bei einem wirkt oder nicht ich verlinke auch in der infobox mal die seite zu eben dieser firma die diesen menoxidil response test erfunden hat damit ihr auch sehen könnt dass ich jetzt hier nicht bullshit labere sondern dass das wirklich fundierte informationen sind das heißt alle links zu diesem thema das ist natürlich alles auf englisch findet ihr in meiner infobox was man jetzt schon weiß ist dass dieser test wird kein test sein wie man jetzt zu hause durchführen kann zum beispiel wie mein hiv test für zu hause wo ich ja auch mal dieses video zu gemacht habe sondern man muss dazu einen arzt konsultieren und der kann dann diesen test veranlassen was man schon weiß ist dass der test beziehungsweise das test ergebnis wird binnen 24 stunden da sein was würde denn passieren wenn dieser test jetzt auf den markt kommen würde für uns verbraucher ist es relativ offensichtlich wir können uns bevor wir hiermit starten testen lassen ob menoxidil bei uns erfolgreich sein wird oder nicht und was bedeutet das aber für hersteller von menoxidil es gibt ja zahlreiche davon regain von johnson & johnson ist ja nur ein beispiel dafür es gibt der zahlreiche andere firmen die ebenfalls hier mit geld verdienen und wenn dieser test wirklich auf den markt kommen würde dann das natürlich für regain und co bedeuten dass die krass viel viel weniger produkte verkaufen würden und das wiederum bedeutet dass sie ganz viel weniger umsatz machen würden und somit gibt es ja schon so eine art interessens konflikt dass natürlich unternehmen die minoxidil produkte vertreiben eigentlich gar kein interesse daran haben dass ein solcher test überhaupt auf den markt kommt das heißt sein wir doch einfach mal gespannt ob und wann dieser test kommt ich würde gerne von dir wissen wusstest du das wusstest du dass es einen solchen minoxidil response test bald geben wird beziehungsweise eigentlich schon existiert er quasi nur noch grünes licht bekommen muss und was hältst du davon schreib mir deine meinung gerne in die kommentare weil ich lese ja unwahrscheinlich gerne kommentare was würde sich denn jetzt für mich ändern für mich persönlich wenn dieser test auf den markt kommt ihr wisst ja ich habe vor wenigen wochen mit meinem minoxidil bad experiment gestartet das video verlinke ich hier noch mal und wenn dieser test jetzt heute schon auf dem markt wäre dann würde ich zu meinem arzt gehen und ihm bitten mich zu checken ob minoxidil wirken kann und dann wüsste ich quasi morgen schon ob es sinn macht dass ich mir jetzt einmal am tag minoxidil auftrage um meine lücken im bart zu schließen und meinen bartwuchs weiter anzuregen und mein bartpotenzial zu 100 prozent auszuschöpfen weil wenn es zeigt dass ich auf minoxidil eben nicht positiv reagiere dann kann ich mir das geld sparen und muss meinem körper auch diesen wirkstoff nicht mehr zuführen zweiter positiver effekt wäre ich frage mich ja schon immer weil ich ja minoxidil auch einmal am tag auf meine kopfhaare auftrage was passiert wenn ich minoxidil nicht mehr nutzen würde weil hintergrund bei mir ist ich habe mit minoxidil erst nach meiner haartransplantation gestartet und fakt ist ich weiß gar nicht ob ich jetzt erblich bedingten haarausfall habe der dazu führen würde dass ich meine haare an anderen stellen verlieren würde weil ich aber schiss habe minoxidil einfach abzusetzen weil ich nicht riskieren will dass mir alle haare ausfallen deswegen nehme ich das trotzdem einmal pro tag und wenn es diesen test gebe und ich wissen würde ob ich auf minoxidil anschlage oder nicht dann wäre ich schon mal schlauer weil wenn minoxidil bei mir auf dem kopf nicht wirkt dann brauche ich es ja auch nicht weiter nehmen das heißt ich könnte das einfach nicht mehr benutzen insofern wünsche ich mir auch für mich persönlich dass dass dieser minoxidil response test asap wirklich asap auf den markt kommt ich wünsche uns finally dass wir sicher und gesund durch diese verrückte zeit kommen lasst uns unser leben leben so wie wir es wollen denn wir haben nur das eine euer grey ein